Ja, und dann könnt ihr durch eine der Türen raustreten, ihr merkt wohl, wie ihr größer und größer werdet, und als ihr die Tür hinter euch schließt, könnt ihr sehen, wie ihr in der Korbüse steht. Vor euch stehen fünf, sechs Personen, Männer, Frauen, Alchemisten, Küche, vor einem großen Schwein, was sie wohl gerade braten, und starrn euch entgeistert an. Was macht ihr hier? Raus! Hoi! Wir haben uns wohl... Wir sind an der falschen Tür rausgekommen. Hier lang raus, ja? Hey, warte mal. Zwerge, du kannst auch Bier brauen, oder? Ihr gebt dir seine schwitzige Hand. Ich bin Felicio, ich bin der Bierbaron. Boah, äh, das freut mich. Wir können uns gerne über Bier... Kannst du mir mal das Rezept für Pilzbier verraten? Äh, ja, jetzt... Bist du dein neues Mutje? Nein, ich bin vielfältig engagiert. Super, ich sag Sani, ich brauche ein neues Mutje. Wir unterhalten uns noch. Schön, das freut mich. Ähm, ja, genau. Wir können uns gerne über ganz viele interessante Themen unterhalten, mein Freund. Ähm, wie heißt du überhaupt? Ja, hab ich doch schon immer gesagt. Felicio, der Bierbaron. Ah, äh, Felicio. Freut mich, freut mich. Ich bin beutags. Aber mir sagt man, das Gedächtnis würde nachlassen. Was? Ja, das? Ja, das kommt. Der Verwärmung von der Tür sind. Aber mir, überlegst du doch mal so. Äh, wo Sahl hat auch gesagt, dass in die Ortsen langsam durchgehen, hm? Da wollte ich ihm einen stehlen. Wenn wir nicht nur davon überzeugen, eine von seinen zu nehmen und die, die da unten stehen hat, die hochzubringen, hat Wakel immer eine, die noch besser ist. Oder wisst ihr das, dass er in der Nicht-Funktionieren nimmt? Weil die alle nicht mehr gut funktionieren. Nun, daran ließe ich sich etwas ändern, eventuell. Und du willst die Dinger jetzt wohl kaum nachgießen, oder? Äh, ihr habt keine Ahnung von Rotz, nicht wahr? Ich weiß, wie man damit zielt und wie man sie abfungert hat, das weiß ich. Man gießt sie nicht, man baut sie. Ich bin mir ziemlich sicher, Rotzen werden gegossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht getan werden. Also, ich beschwöre einfach ein Erzelementar, der eine Rotze aus dem Boden wachsen lässt. Das ist doch wohl offensichtlich. Können wir jetzt endlich aus der Küche rausgehen? Wir stehen hier voll im Weg, um Mira weg und die Kartoffeln zu essen. Mira, jetzt geh weg von den Kartoffeln. Ich nehme mal an, wir sollten unsere Sachen holen und uns dann auf den Weg zum FH-Tempel machen. Eine gute Idee. Ja, während ihr dann am Ruderdeck nach oben tretet, ihr könnt hier noch erkennen, wie, wie gesagt, Wiebo und der Stierlande und Boronat-Wertling abkommandiert sind und nicht nur Offizier oder Navigator spielen dürfen, sondern als einfache Ruderer dienen, auch wenn sie aktuell nicht viel zu tun haben, aber die Ruder werden geschnitzt und neu eingesetzt. Also auch hier ist immer irgendwas zu tun. Bis ihr dann wieder nach oben auf das Oberdeck tretet und gerade erkennen könnt, wie Reservix Sturmtaucher aus der Kapitätskajüte an Deck tritt. Sicher mal seinen Dreispitz zurecht zieht und dann auf euch zutritt. Also gut, irgendjemand wollte noch irgendwas von mir? Ja, Reservix, auf ein Wort unter vier Augen. Tun wir es. Auf dem Weg zum FH-Tempel? Sehr gern. Dann können die anderen vortreten und über die Stege den Kaib treten und dann euch wieder in Richtung Kunchum aufmachen. Währenddessen lassen sich Zulamin und Reservix Sturmtaucher etwas zurückfallen. Ja, Zulamin wirkt jetzt viel ruhiger, was unter anderem an der Begegnung mit Leertmon liegt und sagt jetzt, vergleichsweise gelassen. Ihr versteht offensichtlich nicht, was ihr vorhin getan habt. Darum will ich es euch vor Augen führen, damit ihr Effort um Vergebung bitten könnt. Mein Freund Boltax, der Zwerg, er hatte einen Zwillingsbruder und dieser Zwillingsbruder fand den Tod in den Fluten. Boltax hat die letzten Jahre hart an sich gearbeitet, um seine Angst vor dem Wasser zu überwinden, die ihn seit dem Tod seines Bruders stets begleitet hat. Gerade hat er begonnen, Efforts Element für sich zu entdecken. Und was tut ihr? Werft ihn ins Wasser und ertränkt ihn fast. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Wie tun es die Möwen mit ihren Neugeborenen? Wie tun es die Vögel? Sie werfen ihre Jungen aus dem Nest. Entweder sie fliegen oder sie brechen sich die Flügel. Ich ziehe es vor, so etwas im Hafen zu tun, wo ich es unter Kontrolle habe. Und wenn ihr sagt, dass er runtergegangen ist, sowas kann ich nicht wissen, aber ich muss wissen, dass er an Bord überleben kann. Mit all dem, was ihm Angrosch zur Verfügung gestellt hat. Ich hoffe, dass ihr damit keinen irreparablen Schaden angerichtet habt. Wie gesagt, er hat solche Fortschritte gemacht. Das hoffe ich auch. Sagt ihm doch einfach, dass er sich bei mir melden soll, wenn er Traumata davon getragen hat. Ich kümmere mich gerne um ihn. Er ist selbst ein Seelsorger, müsst ihr wissen. Das ist einer der Gründe, warum er sich so bemüht hat, seine Ängste zu überwinden. Um seinem Volk ein besserer Anführer, Seelenheiler zu sein. Aber ja, ich werde es ihm sagen. Wisst ihr, Zulamin? Ich habe schon einiges über euch gehört. Viele der anderen Mannschaftsmitglieder eventuell nicht, aber ich habe mich ein bisschen informiert, nachdem ich euch an Sorgern getroffen hatte. Bei dem Prozess. Und ich glaube, es war richtig, was ich getan habe. Euch zu testen. Denn diese Prüfungen werden kommen. Nicht in kontrollierten Hafenverhältnissen, sondern wenn die See stürmt und tobt, wenn das Blut regnet, wenn das Wasser voller Eiter ist, wenn Dämonen angreifen und wenn Kanonen einschlagen. Und dann kann ich mich nicht um ihn kümmern. Ich kann ihn hier kontrolliert aus dem Wasser ziehen. Er hat alles unter Kontrolle. Das kann ich später nicht. Und es ist wichtig, dass wenn er untergeht, dass er weiß, wie er sich verhalten kann. Das war mir natürlich nicht ganz fair, gebe ich zu. Aber die rauhe See ist nicht fair. Und Effort ist es auch nicht. Er ist gnadenlos. Er ist die salzige Träne. Und er ist die süße Träne. Adio da, Chris. Schick den Gerner zu mir. Was denkt ihr über diesen Hartholz-Hanisch, den er trägt? Denkt ihr, er könnte ihm helfen, über Wasser zu bleiben? Nein. Nun, das ist bedauerlich. Die Maraskaner wissen, wie man kämpft, aber nicht, wie man zur See fährt. Schaut euch doch einfach mal im Hafen von ihnen um. Das Gewicht ist so verteilt, dass man höchstwahrscheinlich auf den Kopf gedreht wird und dann erst rechter säuft. Rüstungen an Bord sind nie eine gute Idee. Nie. Nun, dann bin ich ja ein wenig im Vorteil. Aber das ist kein Gespräch, das wir jetzt führen müssen. Lass uns zu den anderen aufschließen. Gerne. Wenn ihr weitere Dinge habt, mit denen ihr über mich sprechen wollt, dann gerne. Ich bin auch für euch da. Denn wisst ihr doch, ich bin ein Seelsorger. Mach es nur auf meine Art und Weise. Gut, dann beschleunigt Sulamin ihre Schritte, um sich wieder der Gruppe anzuschließen. Sagst du mir, dass Resovic mit mir sprechen wollte? Ein bisschen komisch, oder? Weil ich komme ja jetzt mit Resovic zurück zur Gruppe. Ja, also Resovic kann auch weiter hinten bleiben. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch ungestört weiter unterhalten. Zu sechst oder zu zweit, das ist mir egal. Ihr könnt auch Resovic ranwinken. Oder jemand anderes spricht noch zu zweit mit ihm oder zu dritt. Das ist euch überlassen. Gut, dann sage ich davor, also ich bin ein bisschen schneller als Resovic und sage dann zu Voltax, er hat Gesprächsbereitschaft signalisiert. Aber nur, wenn ihr wollt. Ihr müsst das nicht tun. Ich sehe keinen Grund, warum ich nicht mit ihm sprechen sollte. Dann, nütze. Hier entfülle ich mich ein, zwei Minuten gleich wieder da. Ja, dann würde ich mich ein bisschen zurückfallen lassen und dann mit Resovic sprechen können. Voltax. Haupttaucher, Wermin meinte, ihr wollt mit mir sprechen. War Sturmtaucher. War, naja, wie auch immer. Also, worum geht das? Er besignalisiert, dass wir gerne über den Verlust seines Bruders sprechen können oder die finstere Tiefe sehe, was auch immer dir auf den Herzen liegt. Nun, ich würde mich eher fragen, was euch auf dem Herzen liegt, dass ihr zu so drastischen Maßnahmen greift. Nun, drastische Maßnahmen, was meint ihr? Dass ich euch mit Rüstung ins Hafenbecken gestoßen habe? In der Tat, das ist nichts, was man tun sollte. Ihr habt im Vorfeld Kenntnis von unseren Fähigkeiten erlangt. Ihr hattet volle Kenntnis über das, was wir nicht können. Und dennoch habt ihr so entschieden. Ihr hättet diesen Teil der Prüfung auch einfach nun ja aussetzen können. Ihr hättet uns unsere Zeit geben können. Das habt ihr nicht getan. Also, dieser Stelle frage ich euch. Warum? Die Seeradler liegt in zwei Tagen ab. Was passiert, wenn wir vor Mendena oder wo auch immer wir uns befinden, sagen wir einfach irgendwo vor Maraskhan, das heißt direkt im Perlenmeer, getroffen werden? Wir können uns nicht aussuchen, gegen welche Piraten wir kämpfen. Was passiert, wenn sie uns treffen, wenn die Reling bricht oder wenn ein Sturm an uns zerrt? Wisst ihr, wie ihr euch mit einem Seil festmachen könnt? Ich sehe nicht, was das mit diesem Punkt zu tun hat. Ganz einfach. Ich erkläre es dir, denn dafür bin ich da. Ihr werdet von Bord gespült, eine Welle oder ein Treffer. Und dann landet ihr am Wasser. Ich bezweifle, dass ich von Bord gespült werde, wenn ich es nicht wirklich möchte. Mhm, interessant. Führ gerne aus. Ihr dient einem Gott. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich verstehe, dass ihr dem Gott des Wassers dient und dass es eine sehr wichtige Bezugsperson für euch ist. Aber ich, und das habe ich euch im Tempel ebenfalls schon gesagt, bin mit dem grauen Mann im Bunde. Ich denke, unsere Interessen überschneiden sich größtenteils, was das, was wir auf der blutigen See zu tun gedenken, dann auch vollbringen wollen. Aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das sage ich euch jetzt einmal. Wenn ihr so etwas noch einmal machen solltet, mir gegenüber oder einem meiner Freunde, ich bin nicht nur mit dem Wasser im Bunde, sondern mit allen sechs Elementen. Und das Gegenelement des Wassers ist das Feuer. Ich, als Geode, habe die Möglichkeit, euren Körper zu nehmen und in Flammen zu verwandeln. Kann dieses Feuer in eine magische Flasche stecken und diese Flasche wiederum einem Elementar geben, der sie bis in die Zitadelle des Feuers konfrontiert. Alles klar, ich habe schon verstanden, du willst mir drohen. Kein Problem, ich mache das nicht nochmal. Ich frage dich trotzdem, was passiert, wenn wir getroffen werden? Denn das hast du noch nicht beantwortet. Ich wollte wissen, wie du dich an Bord hältst. Berat es mir. Das ist relativ einfach. Magie. Nun, wie? Führt das aus? Nun. Es dauert exakt drei Sekunden, um zu überlegen. Ich nehme meinen Schild, der mich vor Wasser schützt. Wasser hat nicht einmal die Möglichkeit, diesen Schild zu durchdringen. Alle Effekte von Strömung und ähnlichem herlen von mir ab. Gut, warum habt ihr das nicht an Bord des Bootes getan oder aber als ich euch runtergestoßen habe? Weil ich, wie ihr vielleicht erinnert, bewusstlos war, nachdem ihr mich gestoßen hattet. Ich war dabei, meine Rüstung. Natürlich. Ich wurde bewusstlos. Ich weiß nicht, was passiert ist, nachdem ich bewusstlos geworden bin. Irgendwann bin ich wieder auf dem Boot aufgewacht. Und ihr habt die ersten paar Sekunden verzeiht. Ich weiß nicht, ob ihr mich an Bord gezogen habt oder dass jemand anders war. Wenn ihr das getan habt, meinen größten Respekt davor, das war auch das Mindeste. Wenn nicht, nun, dann habe ich euch nichts weiter zu sagen. Habt ihr mich an Bord gezogen, ja oder nein? Nein. Gut. Ich hätte es getan. Ja, ich gehe. das ist ja. Wenn man Reso wegschließt dann zu und so auf? Ja, wenn du möchtest. Er sieht nicht glücklich aus. Also, alle drei nicht. Was hast du schon wieder getan? Ich nichts. Ich habe ihm gesagt, dass wenn er so einen Scheiß noch einmal macht, dann sperre ich ihn an einen Ort, wo er wahrscheinlich ewig leben wird. Aber so fern von seinem Gott ist, wie noch nie zuvor. Das erklärt's, ja. Du bist ja vernünftig, Boltzags. Ich wollte ihn nur erwürgen. Julamin sieht beeindruckend aus. Das ist sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es dir auch gefallen ist, aber prinzipiell sind diese Menschen unsere Freunde. Keiner hat sich bisher so richtig als mein Freund dargestellt. Der eine drückt mich zu ersäufen, der andere schreibt mich erst mal an, der dritte haut dir voll in die Fresse. Ich finde das jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie man mit Freunden umgeht. So wie bei uns Verteidigung. Ich hatte es wohl viel leicht verdient. Also, dass du da auch nicht meine Freunde. Der eine drückt mit der Ballestrina in den Bauch. Der geht mir da zum Beispiel, als wären wir die allerletzten Arschlöcher. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, wir werden alle schon über die nächste Woche ein wenig besser zueinander finden. Ich habe ein kleines Problem. Ich will euch einen Schwur abnehmen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der aus freiem Geiste gesprochen werden kann, denn das muss er. Wir hatten so einige Probleme in der Vergangenheit. Ihr habt euch einen guten Ruf bei uns erkämpft und der Kapitän vertraut euch, soweit er euch irgendwie vertrauen darf. Aber da war das Problem mit Efadaios. Da ist das Problem mit Oemar. Kiaras wurde in Mendena gesichtet. Und jetzt will mir dieser Zwerg androhen, mich auf ewig im Feuer zu verbrennen. Mich verbrennen. Ich verwandle euch in elementares Feuer. Nicht hilfreich. Aber wichtig. Ich glaube, dass diese... Also das ist wirklich kleinlich. Ich bin wirklich enttäuscht von dir, Boltax. Keine Witze, auch die größte Isaron. Er setzt sich mittlerweile irgendwo bei der Flottenmeisterei auf eine Bank und würde nicht weiter in Richtung des Tempels der neuen Flüsse gehen. Ja, ich lasse mich reichlich deswegen neben ihm. Wir haben ein Problem. Pass auf, Sturmtaucher. Drei Baktiere an eurer Seite. Und ja, Geweihte werden versucht. Das wissen wir alle. Ich wurde versucht. Ihr wurdet versucht. Und dadurch, dass ihr nicht nur ein Heptraichen in den Arsch getreten habt, sondern sogar zwei, vielleicht drei. Ja, es waren wohl drei, wie man mir sagte. Ihr habt die Aufmerksamkeit aller Erzdämonen. Drei Baktiere? Ihr wollt uns sagen, ihr haltet Chiaras Carino für einen Baktierer, ja? Oder Ömer, was das angeht? Ömer relativ sicher. Und Chiaras wurde zumindest in Mendena in der Rabengasse gesehen. Und wo sind wir unterwegs? Nach Mendena. Und hättet ihr davon gehört? Hättet ihr uns ebenfalls für Paktierer gehalten? Nein, das nicht. Aber ich möchte nur sagen, dass Geweihte seit jeher versucht werden und wurden. Ich kann mich davon nicht klos sprechen. Ich kann widerstehen. Drei eure Gruppe haben ist leider nicht geschafft. Deswegen sind Zweifel an euch und eure Gruppe nicht unbedingt begründet, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Das ist ein Kriegsschiff. Wir müssen sicher gehen, dass wir euch vertrauen können. Ja, und was ist jetzt euer Punkt? Ich mach das alles lieber hier und jetzt in Kundjom. Wo wir sicher sind. Denn in der blutigen See funktioniert das nicht mehr. Deswegen sind wir ja gerade auf dem Weg in den Tempel. Aber sich wie ein Arschloch verhalten hat nichts damit zu tun, dass Jalans Freunde Paktierer werden. Das ist einfach nur sich wie ein Arschloch verhalten. Kannst du da mit mich, dass ich deine beiden Freunde ans Wasser gestoßen habe? Ja, zum Beispiel. Weil vielleicht stelle ich mich auch mal hinter dich und prüfe dann, ob du dich dagegen wehren kannst, dass sich jemand von hinten erwürgt. Das ist nicht was passieren könnte. Glauben, was er sagen will. Ich glaube, das ist ein Arschloch verhalten. Okay. Ich denke, was er sagen will, ist, die beiden haben den gesagt, dass sie nicht schwimmen können. Ich glaube, es war nicht die Fahne hat oder nie. Hat einfach was mit schwimmen. Punkt ist, ich denke nicht, dass irgendetwas gewonnen war, dass du das Wasser gestoßen hast. Wir wussten alle, dass sie nicht schwimmen können. Ja, die Beraten werden das auch nicht wissen und trotzdem werden sie schießen und Leute werden ins Wasser fallen und ich bedanke mich. Ist richtig, dass sie dann ins Wasser fallen, aber wenn sie dir vorher sagen, dass sie nicht schwimmen können, was glaubst du denn, was passiert? Dass sie jetzt zwei Sekunden auf einmal lernen können zu schwimmen in Rüstungen. Das war eine sehr spezielle Erfahrung. Ja, das war eine sehr spezielle Erfahrung, dass sie fast ertrunken sind. Sulamin ist mit Fesseln ins Wasser gefallen und wisst ihr, was es euch gejuckt hat? Nichts. Es ist doch alles gut gegangen. und habt ihr eure Füße ins Wasser gehalten. Glaubt ihr nicht, dass ich etwas getan hätte, wenn sie wirklich in Gefahr wären? Nun, wer etwas getan hat, der habe ich auf die Brust gedrückt. Also, nein, hättet ihr nicht. Ihr hättet einen Scheiß getan. Habt ihr ja schließlich auch. Jetzt setzt euch nicht auf euer dummes Boot und sagt, oh, was ist, wenn ihr getroffen werdet? Dann werden die immer noch untergehen. Das hat sich, daran hat sich nichts geändert. Ihr benebt euch einfach nur wie die Axt im Walde, weil ihr genau wisst, dass die alle hinter euch stehen auf der Seeadler. Dass Sani euch machen lässt, was ihr wollt. Und wir müssen es ertragen. Natürlich müssen wir. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch ebenso. Ja, was soll das dann? Ihr seid tapfere und unerschrockene Streiter und die Götter stehen mit Wonne gegen euch. Ja, was soll das dann? Warum tut ihr das? Niemand hier will euch was tun. Niemand hier von euch hat vor euch zu verraten. Ich will euch nicht mal aufs Maul hauen. Aber ihr verhaltet euch als möglich warst du. Als möglich. Er hat mich auch gerecht. Ich bin kurz davor gewesen, euch einfach unter Wasser zu drücken. Nur damit ihr lernt, was es heißt, nicht atmen zu können. Also ihr könnt euch jetzt hier hinsetzen und große Reden halten. Und wir beide wissen genau, dass ihr genauso viele Verräter hattet. Davon hat Carino erzählt. Und ich weiß genau, dass auf dem Schiff vermutlich noch welche hocken. Denn sonst wären diese Tests ja nicht nötig. Und wir haben geblutet. Ja, und tut nichts so, als wären wir die einzigen, die ein paar Leichen im Keller haben. Also was soll dieses Hingesetze hier? Was soll dieses Gehabe? Wir gehen jetzt in diesen Tempel und wir schwören bei den Göttern, dass wir euch begleiten werden, weil wir euch brauchen. Ihr seid Zweckverbündete. Und das wisst ihr. Also tut nicht so, als wäre ich was anderes. Ah, Boltox. Ich habe mich beruhigt. Ja, dann sage ich vielleicht noch ein, zwei Worte. Du bist ja auch diplomatischer. Ja, dann macht den Mund zu. Ja, dann macht den Mund zu. Gefühle müssen raus. Sie dürfen nicht unterdrückt werden. Und wenn Rafim jetzt sich hier ausrastet und mir an den Hals springt, dann ist es genau das, was Effort will. Emotionen dürfen nicht unterdrückt werden. Diese mangelnde Selbstbeherrschung ist genau das Problem von euch. Würde ich diese mangelnde Selbstbeherrschung zeigen, könnte nie das überwinden, was ich in meinem durchaus längeren Leben, als ihr bisher gelebt habt, schon zu verwinden hatte. Es ist ein stetiger Prozess, ein stetiger, aber kontrollierter Prozess. Kontrolle ist alles. Und wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, dann arbeitet an euch. Das, was ihr denkt, was ihr jedem einzelnen Gefühl nachgeben müsst. Falsch. Ihr müsst lernen, euch zu beherrschen. Wenn ihr das nicht hinbekommt, können wir nichts für euch tun. Denn mit jemandem wie euch auf einem Kriegsschiff zu sein, der nicht über einen Funken Selbstbeherrschung verfügt, ist grob fahrlässig und dumm. Und weder sind wir grob fahrlässig noch dumm. Es gibt auch positive Gefühle, denen ihr nachgehen könntet, nicht wahr? Alle Gefühle. Lachen, Wein, Trauer, Freude, Liebe, Ass. Vielleicht hattet ihr nicht die Gelegenheit dafür, den positiven Gefühlen genug nachzugehen. Vielleicht braucht ihr das. Freut euch doch vielleicht darüber, dass ihr fünf Mann kriegt, die ohne Geld bereits sind für euch zu arbeiten. Und das ist nicht die allerletzten Hafen, die auch immer sind. Wir wissen alle ganz genau, welche Art von Leuten sich in letzter Zeit bei euch anstellen. Und größtenteils gar keiner. Das angeht. Ich könnte wahrscheinlich sehen, dass er traurig wirkt. Und dass das angeht. Ihr wollt echt nicht versuchen, Xelvans Geldspeicher auszuräumen. Nein. Nein. Denn ich kenne auch Bücher nicht, also weg. Aber ich weiß nicht, wie das hier auch da auch funktionieren soll für euch. Oder was ihr dann macht. Ich weiß, dass ihr nach Menina wollt. Lasst die Finger von dem Gold. Kein einziges Stück. Das ist vermutlich klüger, ja. Selbstverständlich ist das. Nun, was mich angeht, ich traf so nach Xelvans Leben, nicht nach seinem Gold. Jedenfalls, Punkt an der Sache ist, ihr werdet der Tatsache ins Auge blicken müssen, dass ihr das nicht mehr lange machen könnt. Ich meine, ich habe eure Ruderbänke gesehen. Hast du noch einige Lücken drin? Es bricht da ein Tränen aus. Und weint. Ah, ich meine, wir helfen euch so gut wir können, aber... Es beherrscht dich endlich. Es ist ja furchtbar. Und dann sei ruhig. Es ist nicht leicht. Es ist verdammt nochmal nicht leicht. Ich fahre seit 35 Jahren zur See, seit ich ein kleiner Bub war. Und seit 20 Jahren hat sich die See verändert. Seit 10 Jahren blutet sie. Wale, die tot angeschwemmt werden. Ich habe Menina verloren. Es ist verdammt nochmal nicht leicht. Die Menschen sterben um mich herum. Die Leute verlieren ihre Augen. Nie wieder heilende Wunden. Ich verliere Mann um Mann und kann nichts tun, außer ihnen hinterherstarren. In den ewigen Abgrund. Sie kommt wieder. Warum als Leichen, die gegen uns kämpfen? Es ist so nicht leicht, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Der heilige Herr Effert hilft mir. Der heilige Herr Pryos ebenso an meiner Seite. Wir tun unser Gutes. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Wir werfen unser Leben in die Waagschale, um Gutes zu tun. Ich würde gerne heilkunde Seele würfeln. Ja, tut das gerne. Ich dachte, du hast ihn gerade noch gesagt, dass erstehe ich. Reiß dich zusammen. Selbstbeherrschung. Verstanden. Ich werde das nicht tolerieren. Ansonsten passiert genau das, was ich dir gesagt habe. Ich verwandle dich in Feuer und stecke dich in eine Flasche. Ha? Also. Entweder du reißt dich zusammen oder genau das passiert. Verstanden. Er zieht dich an sich heran und drückt dich. Und fängt weiter an zu heulen. Heutzachs, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich will dich nicht sterben sehen. Salzige Tränen, die an deiner Hartholz-Harnisch-Rüstung vorbeieren. Er drückt dich und drückt dich. Du bist ein Gehen-Molltags. Du bist ein Held. Kontrolliere dich. Wir sind alle Helden. Kontrolliere deine Gefühle. Du musst dich kontrollieren. Kontrolle ist alles. Mittlerweile sind seine Tränen wohl... Ob er dagegen ankämpft, weißt du nicht. Vielleicht hat er auch einfach keine Tränen mehr. Aber er fängt an nur noch zu zittern. Hart wie das Erz. Heiß wie das Feuer. Sanft wie die Luft. Flexibel wie das Wasser. Und umfangreich. Aus roten Augen guckt er Zulamin an. Zulamin, es tut mir leid. Verzeih mir. Auch dich will ich nicht sterben sehen. Weiß ich doch von deiner Geschichte. Als Auserwählte. Unsere Götter haben uns nicht auserwählt, dass wir es einfach haben. Sie haben uns auserwählt, dass wir ihr Werk tun. Und sie hätten uns nicht auserwählt, wenn sie nicht wüssten, dass wir diese Last schultern können. Seid hart gegen euch selbst und seid hart gegen andere. Aber beherrscht euch. Hart und weich wie das Wasser. Wenn ich den Schwur abgenommen habe, werde ich noch einige Zeit mit euch gerne an den Harfen steigen und schwimmen lernen. Wir lernen, wie wir Tauern knüpfen. Wir haben noch zwei Tage, bevor die Seat da in Land sticht. Und die Zeit werden wir nutzen. Von hier aus lernen wir das, wenn ihr lernt, euch zu beherrschen. Ich bin gewillt, euch zu vergeben. Aber noch bin ich nicht bereit dazu. Doch ich verspreche euch, dass ich es euch wissen lasse, wenn ich den Funken der Vergebung in mir gefunden habe. Sehr gut, kleine Möwe. Sehr gut. Und jetzt schenkt ihm ein kleines Lächeln. Alex, sei hefado. Und jetzt kommt mit.